Wie Sie hier alle hören, kommen wir aus Norddeutschland. Norddeutschland ist alles flach und eben, man hat keine Berge, schöne Gegend. Vor langer, langer Zeit, also so 90er Jahre, war ja ein Riesenbaby-Boo. Und der Klapperstorch brachte die Kinder. Und jeden Abend kam der völlig kaputt und müde nach Hause. Er sagt zu seiner Frau, so kann das nicht weitergehen. Ich habe ja wirklich mehr vom Leben. Ich bin ja wirklich geschafft. Was kann ich bloß machen? Und dann hat er eine ganz tolle Idee. Wie gesagt, bei uns ist alles flach. Er legt sich ein Fahrrad zu. Mit diesem Fahrrad fährt er jetzt durch die Gegend, verteilt die Kinder. Er hat einen Korb hinten drauf und einen Korb vorne drauf. Jetzt könnt ihr ja vorne die Mädchen und hinten die Jungs reinpacken. Nein, er macht es ganz anders. Vorne sitzen diese entzückenden, hübschen, süßen, kleinen Babys. Hinten, naja, die anderen. Hässliche Babys gibt es ja nicht. Und vorne, die Babys sitzen dann und singen. Hier sind die hübschen Kinder. Nein, kennen Sie das Lied? Haben Sie alle hinten gesessen? Nein. Nein. Nein.